Seit 1. Juni heißt es durchatmen. Die Salzburger AG hat ihr Versprechen gehalten und senkt den Strompreis ordentlich. Die Salzburger AG bietet unseren Kundinnen und Kunden einen neuen Stromtreff an. Mit 1.6. können wir günstige Preise weitergeben. Mit 1.6. reduziert sich der Energiepreis von 27 Cent auf 19,90 Cent pro Kilowattstunde netto. Das sind brutto 23,88 Cent pro Kilowattstunde. Für den Umstieg benötigte es die aktive Zustimmung der Kundinnen und Kunden. Grund dafür ist die rechtliche Basis, die derzeit leider nicht gegeben ist. In diesem Jahr wurden die rechtlichen Spielregeln, was Preisendungen betrifft, aufgrund von einem Gerichtsurteil und auch aufgrund von einem Rechtsgutachten infrage gestellt. Wir sind deshalb der Meinung, eine verbindliche rechtssichere Preisendung ist nur möglich durch Abschluss eines neuen Energielieferungsvertrages. Informationen zum günstigeren Stromtarif wurden bereits in den letzten Wochen an die Kundinnen und Kunden per Post verschickt. Dem Brief liegt ein Energielieferungsvertrag vor und das ist die erste Möglichkeit, auf die neuen Stromtarife umzusteigen. Diesen Vertrag einfach unterfertigen und mit dem beigelegten Rücksendekuvert einfach retournieren. Oder einfach im Salzburg AG Kundencenter in der Stadt Salzburg oder den Infopoints in Golling, St. Johann und Bruck abgeben. Es gibt dann noch zwei digitale Online-Wege. Der erste Weg ist natürlich unser Kundenportal unter salzburg-ag.at slash Kundenportal. Einfach anmelden bzw. registrieren und anmelden und mit wenigen Klicks den Umstieg auf die neuen Stromtarife durchführen. Auch unter www.salzburg-ag.at slash umsteigen kann mit dem Online-Formular der Umstieg selbstständig durchgeführt werden. Für den Umstieg mit dem Online-Formular ist ein Aktivierungscode notwendig. Diesen findet man im E-Mail bzw. im Kundenanschreiben. Alle weiteren Infos finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite.